Also heute wollen wir mal einen Schleck-Mini-Quick-Tutorial machen. Dabei brauchen wir ja nur einen Diefen. Dann brauchen wir ja natürlich einen Clique. Und wir brauchen hier so leere, aber noch nicht ganz leere Schachteln. Also hier ist jetzt die Schachtel Frischkäse. Quark haben wir jetzt mal. Ich sehe es jetzt noch so eine Buttermilch, auch fast leer. So, sind wir jetzt zurück? Zurück, zurück, zurück. Wie gut. Jetzt, ja, die Swayf weiß schon, was auf sie wartet. Das heißt, ich habe jetzt jedes Mal, wenn ich ihr das hingehalten habe, durch dieses so Ausschleckern, dann nehme ich es weg und dann geht sie drüber, praktisch über ihren Fallen. Und dann habe ich jedes Mal wieder geklickt. Scheiße, zu spät. Das ist eigentlich schon der ganze Trick. Also einfach die Situation, in der sie sowieso sich den Fang ableckt, dann bestätigen. So, jetzt war der Akku leer. Aber weiter geht's. Also jetzt nochmal das Ganze. Nächster Schritt ist dann natürlich, dass ich gucke, dass sie es halt öfter macht und sie nicht mehr so lange da an der Dos lasse. Ich habe halt selbst so ein Schleckgeräusch dazu gemacht. Ja. Jawohl. Das heißt, dass ich dann später den Becher nicht mehr brauche. Ja gut. Ich versuche auch, den Hund dann nicht so ewig zu schikanieren, wie der das drei, vier Mal gemacht hat. Dann darfst du den Rest auch ausschleckern. Gell. Klick. Zu spät geklickt. Verklickst. Jetzt, die wird jetzt mir natürlich jetzt auch schon direkt in voller Version an. Ja, so einfach ist das eigentlich. Immer weiter den Becher abbauen und später. Jawohl. Braucht man dann, wie bei allen anderen Sachen auch, einfach nur noch das Kommando dann. Ja. 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 Ja.